Servus, liebe Crew-Community und Freunde, ordentlicher Kugelbeschleuniger-Unterhaltung. Es gibt wieder ein Dead's Magier und in diesem Dead's Magier geht es um puren Realismus, Spielerspaß und CQB-Action. Was soll das heißen? In dem Loadout möchte ich euch mal wirklich nur Gas-Blowback-Waffen in Kombination für ein CQB-Loadout vorstellen. Genau dieses Outfit habe ich jetzt letztens erst am Wochenende gespielt in einem CQB-Gebäude in München. Das ist eine ziemlich, ziemlich geile Sache und es werden sehr geile Videos sein. Und ich bin ein großer CQB-Fan und immer froh, wenn ich Multicam Black tragen kann. Ja, ich weiß, es ist noch nicht komplett Multicam Black. Ich habe noch meinen Cry-JPC in Normal Multicam und meinen BattleBelt in Coyote ein bisschen Multicam. Das muss noch verbessert werden, aber ich möchte euch die Grundsätze zeigen, was ich mitgeführt habe und worauf ich geachtet habe. Ja, ihr werdet sehen, ich habe keinen Mundschutz an, aber keine Panik. Ich benutze auch Mundschutz im CQB, sehr wichtig, möchte ich jedem ans Herz legen. Dazu kommen wir aber später. Beginnen wir erstmal von oben. Ich habe oben einen Pro-Tag-Helm. Die Pro-Tag-Helme finde ich sehr geil. Die sind sehr leicht und schützen mich vor allem, was ich im CQB zu befürchten habe. Sei es Kopftreffer alleine schon oder wenn ich irgendwo dagegen stoßen kann. Wenn es sogar in so einem Worst Case, dass irgendwelches Geröll oder sowas runterkommen können. Die Helme schützen mich definitiv ein bisschen vor irgendwelchen bleibenden Schäden oder irgendwelchen Schäden, die passieren können. Da finde ich die Helme wirklich sehr gut. Die Pro-Tag-Helme, die kosten im Bereich 40 bis 60 Euro neu, je nachdem, wo man sie kauft. Am Helm dran habe ich vorne eine Rhino-Mount und eine GoPro-Mount dann direkt, dass ich eben wie gesagt meine Action-Helme festlegen kann. An der Seite habe ich noch eine Markierung in der Farbe Grün, dass mich eigene Teile erkennen können. Eben mit Grün. Dauerblinken. Und wieder aus. Links habe ich noch eine Patch-Fläche. Ich bin mir, ich war noch unsicher, ob ich den Helm painte. Ich glaube, den Helm painte ich noch. Muss ich aber mal schauen. Nehmen wir den Helm schon mal ab. Als Schutzbrille. Denkt euch einfach für euch eine passende Brille. Ich habe jetzt einfach mal symbolisch eine Schutzbrille genommen für Schutzbrille im Airsoft. Normalerweise habe ich meine Welle X, die hat aber noch schwarze Gläser. Da muss ich noch meine normalen Gläser für meine Sehstärke nachschleifen lassen. Am Wochenende habe ich meine normale Brille mit einer Bollebrille benutzt. Das klappt einwandfrei. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt Mundschutz. Beim Thema Mundschutz gibt es ein paar Optionen. Ich zeige euch mal die, die ich hauptsächlich nutze. Nicht die ich da habe, weil dann wird das Video ein bisschen länger. Dieser Mundschutz hier ist wirklich perfekt. Das ist ein vorne Drahtgitter. Ihr seht hier praktisch nur das Drahtgitter. Und die Seiten sind komplett frei beweglich. Also die sind nicht dick. Die liegen nicht groß an. Man kann wirklich einwandfrei zielen damit. Das habe ich am Wochenende benutzt. Nur ist mir da mein Mundschutz abgerissen. Das ist glaube ich die Gen 1 gewesen. Das ist jetzt die Gen 2. Gen 1 ist mir abgerissen. Da sind irgendwann die Träger an der Seite gerissen. Das sah auch ein bisschen bescheuert aus. Was man aber dann alternativ machen kann, wenn man nur das Drahtgestell hat, kann man sich hier so einen Schlauchschall besorgen. Oder man hat schon einen. Und legt die Maske drunter, setzt den Schlauchschall auf und hat dann praktisch auch so einen Gitterschutz. Was auch einige machen ist, dass sich ein Stück dieses Drahtgestells in so eine Maske einnähen. Werde ich auch noch machen. Halte ich sehr von Vorteil. Kommen wir zur Bewaffnung. Und das wird ein bisschen länger. Ich benutze hier ein HK416A5 von VfC. Ein wirklich sehr geiles GBB-Gewehr. Das kickt ordentlich. Das ist einfach perfekt im CQB. Wenn man sagt, ich möchte noch ein Stummgewehr haben. Ich habe es hier nicht ganz ausgefahren. Wirklich für mich perfekte Länge im CQB. Kann es aber auch noch Outdoor, Woodland usw. benutzen. Also wirklich universal einsetzbar. Oben drauf habe ich ein Original EOTEC. Ich mag das lange nicht so ganz. Ich hoffe, das wird irgendwann durch mal ein XPS oder sowas ersetzt. Und mehr habe ich auch gar nicht drauf. Wie gesagt, in Deutschland, Lampe, Laser ist nicht. Das fällt hier weg. Und ansonsten kommt hier vorne noch eine GoPro Schiene. Beziehungsweise eine GoPro Adapter hin. Und das war's. Den Griff brauche ich nicht unbedingt im CQB. Ich weiß ungefähr mit meinem C-Clamp. Also wenn ich etwas weiter vorne greife, wo ich anhalten muss. Und dann treffe ich es soweit auch. Das ist kein Problem. Aber wir haben im CQB noch mehr ausgetestet. Ansonsten wie gesagt, das 416A5 gibt es bei Sniper S. Genauso wie die folgende Waffe. Wie schon gesagt, wir haben im CQB ein bisschen mehr ausgetestet und mehr gespielt. Gerade weil wir sie im Review da haben. Ich die Waffe selber besitze. Ziemlich schönes Teil. Eines meiner Lieblings-CQB-Waffen. GBB natürlich ist die MP9 von KWA USA. Exklusiv bei Sniper ist erhältlich. Ist ein wirklich sehr schönes Teil. Und ich bin ein großer Freund der A1 Variante. Die A1 Variante ist hier mit dem Frontgrip. Die A3 Variante hat unten eine Schiene. Und mein Gott, ich liebe einfach dieses Gerät. Einfaches, einfache Optik. Kurzes Holo. Sehr geil. Und hier vorne mit dem Schalldämpfer, der mir sehr gut gefällt. Im CQB aber fast schon hinderlich ist. Und hier eigentlich nur ein Style-Effekt. Also das ist nicht der mit langem Lauf. Sondern das ist wirklich der nur zum Style. Und unten, keine Sorge, ist ein Lampen-Dummy. Falls ich da unten mal irgendwas anbringe im Ausland oder Kameras und so weiter. Habe ich den Dummy dran, um mich dran zu gewöhnen. Den Schalldämpfer kann ich ganz einfach abmontieren. Ich zeige es euch hier einfach. Ein bisschen weiter aufdrehen. Dann kann ich das Gewinde lösen. Und hier den Schalldämpfer abnehmen. Und jetzt haben wir wirklich ein CQB-Monster. Das Teil knallt ordentlich laut. Achtung, es sind keine Kugeln drin. Nicht erst stecken. Das knallt ordentlich laut. Ich kann es ausfahren. Habe eine Schulterstütze. Kann es wirklich gut einsetzen. Brauche ich die Schulterstütze nicht mehr. Kann man schnell einklappen. Und mit dem Griff einwandfrei benutzen. MP9 von KWR-OSA. Ich liebe das Teil einfach. Genauso wie die 416R5. Meine absoluten Lieblinge aktuell. Erweitern kann man das Ganze. Wer den ein oder anderen Videos bei uns schon verfolgt hat. Der weiß es wie sehr ich die 870 Breacher liebe. Ebenfalls bei Sniper ist erhältlich. Ziemlich geil dass es die da noch gibt. Da habe ich sie auch damals gekauft. 870 Breacher habe ich normalerweise rechts an der Seite. Mit so einem Schnellverschluss an der Seite. Baue ich mir aber aktuell ein Kydex Holzer. Deswegen ist mein Holz auch nicht mehr dran. Und das Teil geht einfach ab. Klein, führig und hat eine verdammte Reichweite. Ich kann wählen zwischen 3 bis 6 Schuss. Also 3 oder 6 Schuss. Und das geht einfach ab. Ihr merkt schon. Macht einfach Spaß das Ding. Alleine der Sound. Und es ist einfach verdammt effizient. Micha führt das Ganze noch ein bisschen aus. Am Wochenende hat er benutzt seine 870 Tactical. Die er schon, ich würde mal sagen, doch ein bisschen erweitert hat. Und ich liebe seine 870 Tactical. Generell 870 bin ich ein großer Freund. Und die 870 Tactical von Micha ist einfach ein Schmuckstück. Und da hängt auch sehr viel dran. Das kann ich euch garantieren. Wie gesagt, das ist hier eine wirklich schöne Kuma Gun. Die Micha sich über die Jahre zusammengebaut hat. Wirklich geil. Und ist im CQB auch verdammt effektiv. Obwohl man hier eben die Längeversion hat. Was natürlich aus dem Real Steel Bereich mehr Sinn macht. Die Breacher eigentlich mehr zum Türen öffnen. Deswegen auch Breacher. Was habe ich eigentlich für Backups? Normalerweise habe ich zwei Pistolen dabei. Beinholster, zeige ich euch gleich. Und am Battle Belt oder an der Brust. Ich habe es mal mit dem Battle Belt versucht. Weil ich hier mein Multi-Holster habe. Und eigentlich alle Pistolen, die ich immer verwende, mit reinbekomme. Jetzt gerade drin. VP9. Die es auch bei Sniper S gibt. Aktuell meine Lieblings-Duty-Pistol. Das ist wirklich ein verdammt schönes Gerät. Gefühl, Schussleistung. Die lässt einen nicht im Stich. Ihr werdet es im Video dann sehen. Wie die VP9 performt hat. Geines Teil. Ich bin ein großer Glock-Fan. Und für mich ist das einfach eine verbesserte Glock. Mit vor allem Linkshänderbedienbarkeit. Und weiß ich nicht. Das ist einfach vom Gefühl her ein wirklich sehr schönes Teil. Klar, der Preis ist ein bisschen teurer. Aber dafür bekommt ihr auf jeden Fall einiges. Da ist auch Markings drauf, wem das Wert liegt. Natürlich bin ich aber auch 100% Spieler. Und habe hier meine Armora Works High Kappa dabei. Dieser High Kappa ist wirklich fast schon in die Richtung IPC, Free Gun. Das sportliche Ding. Aber eben weil sie so sportlich effizient ist, nutze ich sie im Airsoft Sport. Auf jeden Fall. Geringerer Rückstoß. Ich kann besser im Ziel bleiben. Und die High Kappa hat mich bis jetzt ebenfalls noch nie im Stich gelassen. Zielerfassung ist super. Und ich liebe einfach die Armora Works Modelle. Denn sie sind meiner Meinung nach, ersetzen sie die Tokio Marui Modelle. Beziehungsweise Tokio Marui hat natürlich eine ordentliche Präzision. Wenig Gasverbrauch. Aber die Armora Works sind einfach Vollmetall. Für den gleichen Preis. Bei sehr guter Präzision. Deswegen habe ich die Armora Works ebenfalls mit dabei. Meistens, es kommt ganz drauf an, Armora Works am Gürtel und die VP9 am Bein. Weil sie doch ein bisschen handlicher ist. Die VP9, wie gesagt, eben eine Duty Pistol. Ist am Bein noch mal ein bisschen schöner. Und wie gesagt, hier gibt es einen passenden Beinholster. Ist einfach zusammengewürfelt. Hier von Blackhawk auf Beinholsterplatte. Aber es gibt auch mittlerweile günstige Klone. Nu Prol, Imi und was es nicht alles gibt. Checkt einfach mal die Links aus, die wir in die Beschreibung packen. Okay, sehr viel über die Bewaffnung geredet. Machen wir weiter mit dem Plattenträger. Und den Plattenträger, mein JPC, habe ich ein bisschen verändert. Ich habe vorne ein paar Pouches hingepackt. Fangen wir hier vorne an. Das ist eine Quickdraw Pouch. Kunststoff, ganz einfach. FMA-Teil kostet, glaube ich, 4 bis 6, 8 Euro. Und hier kann ich einfach schnell ein Magazin ziehen. Schnell rein, fertig. Je nachdem, wie man eben seine Magazine ziehen möchte. Auf meiner linken Seite habe ich ebenfalls noch ein relativ schnelles Magazin. Dient aber meistens nur zum Nachfüllen. Oder wenn ich es einfach brauche. Und natürlich meine hinteren 3 Macs. Sind auch nochmal, um sehr gut ranzukommen. Also ist einfach mein CQB Loadout. Oder schnell rein, schnell raus Loadout. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Vorne habe ich meinen Turnikey. Der muss hier vorne schnell erreichbar sein. Wenn ich mal auf eine Mil-SIM-OP gehen möchte. Oder eben noch aus der Dienstzeit. Turnikey. Muss schnell erreichbar sein. Passt hier perfekt in die Mitte. Der JPC, den habe ich eigentlich noch dabei. Beziehungsweise habe ich mir gekauft. Nicht, weil Cry super krass geil ist. Und ich so ein krasser, geiler Kommando-Ninja bin. Ich habe den günstig geschossen. Ich wollte einen Multicam-Träger haben. Und der hat mir einfach sehr gut gefallen. Der Cry JPC in Größe M. In Multicam eben. Und 200 Euro für den war einfach ein günstiger Schnapper. Da hätte ich für einen anderen Plant-Träger fast genauso viel bezahlt. Soviel zum Träger. Da habe ich noch rechts hier an meiner schnellen Seite ein Pistolenmagazin. Nutze ich relativ selten. Ich habe es immer drin, selbstverständlich. Aber meistens gehe ich doch eher ein Battle-Belt. Und dann kommt das nächste Stufe hier. Beziehungsweise je nach Pistolen, die ich habe, habe ich zwei unterschiedliche Magazin-Typen dabei. Hinten am Plattenträger. Ihr seht es schon. Oben habe ich genug Platz für Granaten. Und unten nochmal ein Rucksack. Gefällt mir schön am Rücken. Meistens gehe ich vorne als Erster oder Zweiter rein. Kann mir mein Hintermann die Granaten rausgeben oder irgendwas verstauen. Funktioniert das einwandfrei. Ja, der gute Battle-Belt, der mich mittlerweile schon seit mehreren Jahren begleitet hat. Fast unverändert immer. Nur ein paar Pouches werden hinzugefügt. Ein Klaugier-Teil. Nichts Besonderes. War sehr günstig im AusVZ damals. Ich habe dran einen Multi-Holster von Warrior Assault. Einer der besten Holster, die ich kenne. Ich kriege wirklich jede Pistole rein. Desert Eagle. Meine ganzen Duty Pistols. Glock 1911. Alles mögliche. Außer Revolver. Kriegt man hier wirklich fast jede Pistole rein. Ich kenne keine Pistole, wie gesagt, außer Revolver, die hier nicht rein geht. Ansonsten Templars Gear Quick-Drop Pouches. Wie gesagt, sieht man hier vorne. Wirklich sehr schöne Pouches, die die Magazine einwandfrei drin halten. Und hier gleich in Kombination mit Pistole und hier hinten noch ein Dampouch. Ja, und unten drunter trage ich Multicam Black. Gibt es von TrueSpec by Sniper. Gibt es von Rasputin. Alle möglichen Marken. Ich glaube, das sind die TMC-Klamotten, die ich gerade anhabe. Und die gefallen mir wirklich gut. Die sind erstaunlich. Nein, Amazon war es. Genau, die Amazon-Klamotten, Hose und Bluse. Und die gefallen mir echt gut. Gibt es bis jetzt nichts zu kritisieren. Wie gesagt, bis jetzt steht nichts raus. Zerreißt nichts. Und im CQB rümmelt man doch schon ein bisschen mehr rum. Handschuhe habe ich meine Mechanics ganz klar. Die Handschuhe, die habe ich noch nie im Stich gelassen. Und hier sieht man, haben sie zwar schon ein Loch, aber die sind auch mittlerweile noch aus. Ich glaube, es sind ein paar noch aus meiner Dienstzeit. Deswegen schauen die auch schon ein bisschen mehr verbraucht aus als sonst. Und kann ich mir für 15, 20 Euro wieder nachkaufen. Und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, Deaths Magier, wir sind am Ende. Ich bin am Ende. Ich hoffe, ihr noch nicht und habt fleißig zugehört. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem CQB-Loader-Out habt, warum ich was noch benutzt habe, falls ich irgendwas vergessen habe, ab damit in die Kommentare. Euer Feedback ist uns wichtig. Und natürlich, wenn ihr auch ein Deaths Magier einsenden möchtet, wir bekommen immer mehr Anfragen. Wir unterstützen euch da gerne. Wenn ich alleine mich erinnere an den 0,5-Tool-Spieler, so ist sein Name. Der ist jetzt auch gerade dabei, sein Deaths Magier zu machen. Kein Problem, wir unterstützen euch da und bringen euer Deaths Magier hier auf den Kanal. Sofern natürlich alle Rahmenbedingungen passen, wie keine Copyright-geschützte Musik und so weiter. Aber das wird meistens im Gespräch geklärt. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Wie gesagt, danke fürs Einschalten. Danke für eure Zeit. Ich hoffe, meine Gear hat euch gefallen. Meine CQB-Gear und das Extreme CQB-Gameplay mit dem Loadout folgt natürlich noch in der nächsten Zeit. Wahrscheinlich werden wir dann auf den Airsoft Days sein und das Video dazu rauskommen. Vielleicht noch ein bisschen eher, je nachdem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Ivan, haut rein. Euer Ivan, haut rein.